hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge mir ist aufgefallen ich weiß ich weiß nicht ob das ob es bei euch auch so ist wenn ich mich ein locker und das kommt nur ein schwarzes und schwarzer bildschirm kommt dann bevor man richtig ins spiel kommt dann ruft er einer ist das bei euch auch so ihr könnt uns das jetzt mal zusammen anhören und meine frage ist wer ist das okay das müsste jetzt müsste jetzt gleich kommen habt ihr es gehört wer ist das und woher kommt das das ist es total neu und ich habe sowas noch nie gehört wenn ihr wisst wo das herkommt dann schreibt es mir mal in die kommentare weil ich finde das bisschen gruselig zu weihnachtszeit also wie gesagt wenn ihr es wisst schreibt es mir die kommentare oder mit mir wo kommt ihr her weil das ist jetzt wirklich neu im spiel wenn euch das video gefallen hat dann würde ich mich sehr sehr dolle freuen wenn ihr einen daumen nach oben geben könntet und die glocke auch zu aktivieren wenn ihr noch kein abonnent seid würde ich mich sehr doll freuen wenn ihr also ein abo da lassen könnte weil ich versuche regelmäßig videos hochzuladen und ich würde mich auch sehr sehr doll darauf freuen wenn ihr einen also einen kommentar da lassen würde weil ich lese sehr sehr gerne eure kommentare und so ihr könnt mich auch auf facebook folgen da heiße ich lena zeilen britschke genauso wie auf instagram heiße ich auch lena zeilen britschke da werde ich mal zwischendurch auch mal paar was hin posten und so was ich gerade neu entdeckt habe oder informiere euch drauf wenn ein neues video hochgeladen kommt